so endlich mal wieder ein video bei nach helligkeit der künstler ist immer so nachtschwärmer heute kam lichtgrau die spraydose geht schnell wenn man auf ebay was bestellt das macht dann spaß wenn es dann nach zwei tagen schon da ist dann macht online shoppen spaß ansonsten wenn man so lange warten muss ist es ein bisschen dröge aber ich weiß nicht müsste könnte ja mal für die politik fragen also wir machen fortschritte deswegen dachte ich mir da das lichtgrau gleich kam dachte ich mich setze mich heute gleich hin und werde es mal austesten wie das dann so aussieht ich konnte es kaum erwarten ehrlich gesagt aber das sieht schon echt viel schöner aus muss ich sagen es gefällt mir viel besser wenn es dann noch weg ist weiß noch nicht so richtig versucht mich daran zu orientieren das ist möglichst der vorlage die ich selber gestaltet habe in photoshop schade dass die glaube das hat mit dem ruckertreiber zu tun dass manchmal so die so komische grissel effekte da drin sind das verstehe ich nicht so ganz das hat irgendwie mit den ebenen zu tun wenn man in photoshop was ausdruckt auf der xerox maschine so sieht es natürlich am photoshop nicht aus wenn man es auf dem macbook offen hat aber irgendwie also besonders der macht da so weiße komische schleier da drumherum ich kann euch das nicht sagen warum kann euch die color management können euch das besser erklären bitte scharf stellen scharf scharf also geht doch so also das ist finde ich das sieht echt schön aus mit dem licht grau ich habe mir extra das lichtgrau besorgt weil das im großformat wird ja auch da gibt es die blätter nur in lichtgrau nicht in weiß deswegen wollte ich das mal aus also wie gesagt das ist das modell was dann später in groß fliegen wird und jetzt dachte ich mir ich muss das mal so in kleinformat testen wie das dann aussieht bei der nose bei dem strich vorne schwarz war ich mir nicht ganz sicher dadurch dass das hier sehr dunkel ist die scheiben so ein schwarzer strich würde da nicht so gut wirken deswegen habe ich jetzt mal so gestaltet aber ich finde das sieht schon nett aus mit dem silberfarbenen ich dachte erst die kann man abschrauben irgendwie aber das stimmt ja gar nicht so ein ein head musste ich mir ein bisschen was einfallen lassen die kufen so wie sie gemalt sind finde ich auch viel schöner das sieht dann sauberer aus so finde ich also wenn sich das schön dreht das sieht schön aus in der luft wenn der roter sich dreht wird das ein schönes flieger fluge fliegerisches bild flugbild also wir machen fortschritt jetzt warte ich noch wie gesagt auf den hinteren teil dann muss ich mal sehen wie ich ich spritze nach vorlage oder eher so ein bisschen wie hier nur oben schwarz und hier dann den roten streifen runter muss ich mir noch überlegen aber das sieht schon also das sieht schon viel viel besser aus für mich das ist ein bisschen das kleine künstlerprojekt in klein format das ist dann das künstlerprojekt im groß format damit dann klein groß rauskommt es gibt so ein nettes bild vom vater in berlin wo so ein riesen plakat so ein 20 30 x 30 meter plakat klein kommt ganz groß raus steht da drauf auf dem plakat das war nicht witzig musste ich lachen also das sieht schon nett aus für mich sagen das macht schon was her mit dem rotierenden rotorkopf dann schafft es jetzt nicht mit einer hand drehen zu lassen aber das gibt ein schönes flugbild wenn es dann so um die kurve fliegt mit dem roten streifen weiß schwarz rot ne ich finde das macht schon was her ich finde der metallik lack da kommen auch die nieten besser rüber die sieht man dann besser so in weiß schimmert das nicht so schön aber ich finde wenn das so metallischer glanzlack ist sieht man die nieten so schön die gehen aber weiß so ein bisschen unter ja also mein fortschritt jetzt irgendwie ich hoffe die nächsten tage kommt dann hinten der rumpf ich mache ich aber erst mal test um zu sehen der motor hinten das ersatzteil dann auch wieder läuft mit dem motherboard wenn es nicht läuft wird schlecht mal gucken aber ich finde es ist schon mal eine schon so ein halber daumen hoch schon es wird langsam es wird langsam ein fortschritt